Hallo von uns beiden aus dem Seelenstärker-Team von Nils und mir, Melina. Ja, wir haben Neuigkeiten oder wollten uns zumindest einmal kurz aus unserer kreativen Pause bei euch melden, denn zwei Sachen eigentlich. Ja genau, also zum einen wollen wir jetzt in so eine Best-of-Reihe gehen. Also wir haben überlegt, wir haben so tolle Clips produziert und haben so viele mitgewirkt und wir haben unsere Best-ofs rausgesucht und die wollen wir euch jetzt in den nächsten Wochen zeigen bis Pfingsten und hoffen, dass euch das gefällt. Kommentiert das auch gerne mal. Ja und darüber hinaus wollen wir euch auch einmal auf dem Laufenden halten, wie es gerade so weitergehen kann. Es schaut jetzt erstmal so aus, dass es den Seelenstärker in dieser Form wohl nicht weitergeben wird, aber auf jeden Fall bleiben wir alle aus dem Team dran, was Neues zu entwickeln und dazu gibt es dann auch noch mal das Update nach Pfingsten. Genau, also fast ein bisschen nostalgisch, wenn man die Clips sieht, aber die Marke Seelenstärker wird bleiben und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch bleibt und wir weiter in Kontakt sind. Viel Spaß jetzt beim Schauen der Clips.